So, hallo und herzlich willkommen, hier ist euer GTA-Mass-Ein-Hölle-Pil. Ja, wir zocken weiter GTA San Andreas. Und wir sind hier da beim Strand und üben schon mal bei dem Fitnessstudio. Ja, mittlerweile noch geschlossen, äh, sollen wir noch ein bisschen machen müssen. Ja, ich glaube, das reicht wohl. Ich glaube, ich schreibe mir das Radio Center um. Ja, wir sind jetzt hier in Rodeo. Oh, wir sind jetzt in Feinwurt. Na, wir sind jetzt in Markenstation. Und da fahren wir jetzt wohl rein. Und da fahren wir jetzt auch ein bisschen machen. Ja, und also wie es in Nordwalde war, das können wir jetzt besprechen, ja, also es war gut, ne, also im Zimmer war es sehr gut, ne, und ja, zur Zeit ist nichts, ne, also ich wollte euch ein Improgramm machen, aber naja, wie es in Nordwalde war, ne, deswegen, ey, ich fuhr, okay, bis gut, ich bin das, ja, und, also ich war mal im Kirmes und hab mal, ja, wenn ich mal mit dem Tappichohle fahren, und es war wirklich geil, ne, und es war ziemlich, ne, also geiler Ausblick war das, ja, was habt ihr für Probleme, ne, das, 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 das ist ganz gut, freundlich, ich stell die Kamera ein bisschen ein, damit ihr es besser sehen könnt, stell ich, das Kamera ab und so, ne, irgendwie richtig, ne, also, ähm, nicht, dass ihr es und nackt, ne? so scheiße so, ich beende mal auf die also die Aufnahme ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben nehmen, oder? wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach unten nehmen mir ist das völlig egal so, ihr könnt ein Abo dalassen, wenn ihr wollt ja, dann sag ich mal wir sehen uns beim nächsten Folge wieder bis dann, ciao